ich hoffe herzlich willkommen zurück heißen endlich mal wieder hier zu lucia ja lucia wollte schon sagen erzähler natürlich alter was ich schon verkackt bin gleich mal die erste aufnahme wieder verkackt finde ich ziemlich geil oder alter schwede das fängt ja schon mal richtig geil an hier mit verkacken und so weil wir nämlich hier diesen diesen coolen stab geholt haben letztens wo wir dann hier weiter kamen hier im eispalast und dann werden wir da einfach mal gucken ob man da jetzt hier mal hier reinkommen endlich oder ohne aber ich würde es schätzen doch hier brauchen wir eh noch die große bombe hier da um eine große bombe die man eh noch nie kriegen das wird noch wird wird ja jetzt mal hier am eisgefängnis ob man da hinkommen ich muss ja nicht direkt drücken sondern ich muss ja so runter jetzt zur 5 ne ice palace die ice palace meyer endlich alle gegenstädte haben die brauchen also in der welt ich werde die erholung verschaffen schließe deine augen und entspanne dich ich werde die erste mal gucken wie man hier der kundes strahlend schmerz machen und so ich bin ja hier lang ich bin ja mal gucken wie man hier der kundes das gefängnis reinkommen wir kommen doch noch mal rein kurz mal überlegen mit lichtwild und so und ja mit lichtwild und so schon drinnen cool geht los wenn ich mal wieder hier willkommen noch mal willkommen noch mal zum zum endlich mal jetzt besseren ich hätte mir mal herr dings holen sollen aber ich bin immer aus das wird sonst ich bin da hin dass er exklusive typen wieder ich bin schon auf jeden fall noch auf den holen oder so was wir tun wird wir auf jeden fall gut noch in eine fein oder 24 0 und dann noch sechs fliegen wir noch mal nennen und lexier holen also alles lexier was macht ich habe einfach so ist so eine süße und schuldige fliehen so eine flasche voll uncool ich weiß es war eigentlich voll uncool aber muss ja leider nicht vom weg der mittel und so wollen wir jetzt noch mal ein elixier was alles hochmacht kommt auch nicht zu ich dachte gerade alter ist ja uncool ich bin jetzt gut ausgerüstet jetzt können wir gehen einfach so wieder unten hin einfach so wieder unten hin so haben wir doch haben wir doch so war da gar nicht so lange so gut so gewesen so und perfekt ausgerüstet schon wieder ey ist so geht das die profis wissen doch was zu machen da sprechen wir doch unter uns oh äh apropos profi vorhin muss so jetzt können wir endlich eingehen hier in die itze dungeon itze ich habe keine feile brauche ich eine feile für den endboss ich glaube ich brauche sogar feile für den endboss also für den endboss hier muss nochmal raus und mir nochmal feile besogen ich feile durch die stadt wo gehe ich eine feile her Oh, ich bin gerade echt blöd. Äh. Ähm. Du kriegst hier bei der Fehlpfeile oder was? Was ist das? Wenn ich sage, ich will mehr Pfeile tragen, gibt sie mir dann gleich voll oder was? Müssen wir ausprobieren. Oh Mann, ey. Wurde jetzt hier drin? Nee. Lüttlüttlüttlüttl. Ah, ja, genau. Dino, Bienemann. Wurde das hier? Nino. Hä? Oh, Alter, ich bin zu blöd. Ich bin viel zu viel, ich bin viel zu lange raus hier bei Zelda. Alter, ich bin nicht mehr frei, ey, ey, ich bin frei. Wurde das hier? Wo ist das hier? Wo ist das hier? Feilekriege? Ähm. Wurde es überhaupt hier? Mnommnommnommnommnommnommnommnommnommn. Nee, keine Ahnung. Oh Gott. Ist ja blöd. Ja, schon irgendwie. Hat mir richtig diese Pfeile her? Alter, ich bin echt blöd. Oh Mann, Gude. Das ist geil. Oder was man in Schatten will, wenn man Pfeile kriegt? Mal in Schatten gehen. Hm. Habe ich unten in Pfeile gelegt? Oh, Herz. Je, je, je. Ähm. Okay. Gut, dass ich noch weiß, wo ich Pfeile kriege. Das ist ja sehr gut. Oh Mann. Der Kackboden, der kennt ja gar nichts. Hm hm hm. Stimmt. Hm. hm 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 Geil, was ist denn das? 2 Pfeile Reichen 10? Ich kann nicht wie ich tragen kann 10 Pfeile 10 Pfeile, ok Ob ich mehr Pfeile tragen kann 10 Pfeile Das ist ja sehr, sehr gut Einmal mal so sinnlos auszupführen Hier in vorne springen Also mal so so null bringen Ich lufte hier irgendwie nur sinnlos rum Ja ne Um der Hoffnung mal hier Pfeile zu finden Reichen die 10 Pfeile? ich weiß gar nicht was das für eine neue Nummer aber die ja bestmöglichst vorbereitet sein wo das hier nochmal? oder ist ein Job? na wo war ich schon überall? hmmm mehr ist dann echt sinnlos jetzt hier irgendwo rum zu laufen das ist ja echt sinnlos das ist wirklich reichlich sinnlos hier einfach jetzt so so rum zu watscheln tsch hhhhh hmhm aha k aah ok 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 dann muss man wieder alles wiri alles und jedes reingehen dann hängt man da an dem ich erst ein Netz gekriegt das Netz ich hab von länger frisch ausgeliehen hier wo aber es die Flasche jemand gekriegt hat Ach ja, geil, eh, geil. Ich weiß nicht mehr, wo ich Feinde kriege. Alter, geil. Ist nicht geil. Das gefällt mir. Düdel, 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 düdümm. Düden, töten, töten, düdü. Oh, ich will echt mal, wo ich Feinde kriege. Oh, ich bin so blöd. Ähm, lasst mich mal überlegen. Ich muss mal nicht überlegen. Hm. Okay. Ich halt noch mal runter. Einfach runter in den Endschopter. Hm, ich will noch mal hier unten hingehen.